hast du dich zufällig wieder gemuted oder warum sagst du gerade nichts? nein, ich sag gerade nichts also, gut, dann gehen wir gleich weiter nach Stalingrad auf nach Stalingrad Romanda, ihr verwegener Sieg hat das sowjetische Volk mit Angst erfüllt und jetzt werden wir sie direkt an ihrem Herzen angreifen in Stalingrad, dort steht ein großes Monument es repräsentiert die Einheit und Stärke des sowjetischen Volkes es muss unbedingt zerstört werden dazu? ja, Vater sind denn unsere mechanischen Fahrzeuge inzwischen einsatzbereit? alles ist veranlasst wunderbar, wir werden sie brauchen für den Angriff auf dieses riesige Monument in Stalingrad Monument? der erste Angriff unserer mechanischen Armeen, um eine Statue zu zerstören? wir müssen dem Pfad folgen, der uns vorgezeichnet ist das ist unser Schicksal brechen Sie den Willen unseres Feindeskommander zeigen Sie ihm den Weg des Kriegers die Sowjets haben ein großes Monument zum Gedenken an ihre militärischen Triumphe es ist ein Zeichen des Stolzes und der Solidarität des sowjetischen Volkes der Tenno vermutet, dass die Zerstörung dieses Monuments ihren Willen brechen wird und dass damit ihr Untergang unausweichlich ist ich muss Sie warnen, diese Barbaren werden den Angriff nicht einfach hinnehmen die Sowjets haben ihre Truppen vor Stalingrad zusammengezogen hier sind ihre Befehle errichten Sie mit ihren Truppen am Strand einen Stützpunkt begeben Sie sich zum Strand und errichten Sie dort eine Basis Sie müssen schnell handeln, bevor die Sowjets sie bemerken um es um ein Kaste zu geben Ein sowjetisches Vorauskommando nähert sich ihrer Position. Feindliche Einheiten entdeckt. Meiner Meinung nach der größte Vorteil von reich der aufgehenden Sonne ist das, dass sie ihre Jäger so billig kriegen. Ja, stimmt. Und dass sie unendlich Munition haben. Willst du die Seite da hinten halten oder? Okay, dann nehme ich mir die hier. Neue Bauoptionen. Einsatzziel erreicht. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Der Tenno verlangt, dass das Symbol des sowjetischen Sieges zerstört wird. Der Tenno befiehlt, dieses sowjetische Wahrzeichen dem Erdboden gleich zu machen. Es ist ihr größtes Symbol der Identität und des Nationalstolzes. Reißen Sie es nieder. Der letzte Vorteil ist, dass sie so verdammt schnell bauen können. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Gleich wahr. Generator Kern bereit. Ausbildung. Generator Kern. Ungeeigneter Bauplatz. Der Stationierung bereit. Ich dehne den Kaiser. Bau abgeschlossen. Sie müssen Ressourcen mit Ihrem Co-Commander teilen. Alle Einkünfte aus dem Erzabbau werden zugleichen Teilen bereitgestellt. Bau abgeschlossen. Sollten Ihre Ressourcen knapp werden, besetzen Sie mit den Ingenieuren die nahegelegenen Boottürme. Ja, wo sind wir mal auch. Wird gebaut. Ich dehne den Kaiser. Unzureichende Mittel. Los kämpfen wir. Kein Feind ist zu groß. Kein Feind ist zu groß. Liegt. Jet Tango Top Speed. Igosho. Voll Schub. Unzureichende Mittel. Der Tenno hat die Zerstörung dieses Monuments angeordnet. Stoppen. Ich fahr spazieren. Vorwärts. Mit der Tango. Los! Kein Feind ist zu groß. Möller. Ui, jetzt lag es aber hier ganz schön. Mit der Tango. Tango Stationierung bereit. Kaffee. 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 Ihr habt gerufen, Exzellenz. Ich bin hier, um euch zu dienen. Wir starben von Länge. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Mega Tango bereit? Ich bringe euch zur Türschwelle des Feindes. Ich stimme zu. Welche Ehre von euch zu hören. Sie sind zu hören. Sie sind zu hören. Direkt vor ihren Augen. Rechen wir auf. Ich bringe euch dorthin. Feindliche Einheiten entdeckt. Sie rennt vor ihren Augen. Such's. Braucht ihr etwas? Feindliches Gebäude erobert. Neue Bauoptionen. Upgrade abgeschlossen. Wir haben zumindest schon mal die Base aufgebaut. Schleichfahrt. Der Tsunami erwacht. Wessler. Treu bis in den Tod. Wir fahren, wohin wir wollen. Tsunami erwacht. Feindliche Einheiten entdeckt. Erflich. Eine Einheit wird angegriffen. Komm zurück. Der Tsunami erwacht. Erste Bonus-Ziel ist schon mal erledigt. Erflich. Der Tsunami erwacht. Wir fahren, wohin wir wollen. Der Tsunami erwacht. Der Tsunami erwacht. Der Tsunami erwacht. Der Tsunami erwacht. Wir fahren, wohin wir wollen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unzureichende Mittel. Eine Einheit wird angegriffen. Erflich. Der Tsunami erwacht. Der Tsunami erwacht. Der Tsunami erwacht. Defender Kern. Unzureichende Mittel. Defender Kern. Wir gehen unseren Weg. Herr Shogun wird über Sie rechten. Der Kaiser hat gesprochen. Der Kaiser hat übergriffen. Bereit. Vorwärts. Unzureichende Mittel. Der Kaiser hat gesprochen. Defender Kern. Unterwegs. Transportiere Defender Kern. Bereite Kernstationierung vor. Defender Kern. Aufhol증ung. Verfolgen. Verfolgen. Ich würde bolchen. Die Fahrt spazieren! Keine Überlebnis! Folge! Feindlicher Sitzpunkt entdeckt! Fliegen! Schuss auf! Fliegen! Fliegen! Nanotherm wird eingegriffen! Get angle top speed! Defender, Kär! Machinieren, Kär! Der Aufstattentierung berührt! Wir sind halt ein bisschen still, ne? Was bitte? Wir sind halt ein bisschen still! Ja, und heute ein bisschen... Aaaaah! Das ist ein B! Ich hab nen fiesen Plan! Ich hab nen fiesen Plan! Welche Ehre von euch zu hören! Wir müssen uns mal Geld! Irgendwo ein Fahrzeug für den Zeug jetzt grad? Bitte? Du siehst doch grad irgendwo ein Fahrzeug... Ah, okay! Ich hab' ein Fahrzeug auf dem Platz! Ich müsste nur grad'n Transporter tarnen! Weil ich klau mir jetzt, glaub ich, ihren Bauhof! Unruh! Unruh! Wo ist der Bauhof eigentlich? Da ist ein Flugfeld! Na da ist der Bauhof! Unruh! 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 ein bisschen gesichert Mein Bauhof Ich habe mir den Bauhof von denen geklaut So, die Bonus-Ziele haben sich da oben erledigt Eine Einheit wird angegriffen Unser Verbündeter wird angegriffen Neue Bauoptionen repariert Bau abgeschlossen wird gebaut So, dann bauen wir halt mal ein bisschen mit den Sowjets rum noch Feindliche Einheiten entdeckt Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen wird gebaut Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen wird gebaut Die muss ich jetzt irgendwo hinsetzen, damit ich irgendwas weiterbauen kann Wird gebaut Wird gebaut Wird gebaut Bau abgeschlossen Neue Bauoptionen wird gebaut Samurai Der Ruhm wartet Defender Kern Ja, schon gut Wenn ihr was hier recht Ein Sammler wird angegriffen Wir haben einen Sammler verloren Den Himmel gehört uns Was kann man denn da alles bauen? Rekruten und Flak Trooper Ausbildung Flak Trooper sind ein bisschen was wert Feindliche Einheiten entdeckt Was haben wir hier drin Flak Trooper meldet sich zum Dienst Oh, okay Ich müsste mir mal noch einen Superreaktor von denen klauen Flak Trooper meldet sich zum Dienst Ausbildung Wird gebaut Unterbrochen Abgebrochen Flak Trooper meldet sich zum Dienst Wenn ich mir einen Superreaktor von denen klaue, dann kann ich Hämmerpanzer bauen Weil ich kann leider keinen Superreaktor selber bauen Unser Verbündeter wird angegriffen Dass die da oben einen haben Also den könnte ich mir klauen Flak Trooper meldet sich zum Dienst Flak Trooper meldet sich zum Dienst Ich erwarte euren Befehl Reise beginnt Flak Trooper meldet sich zum Dienst Flak Trooper meldet sich zum Dienst Flak Trooper meldet sich zum Dienst Ich brauche irgendein sowjetisches Franzwerk Flak Trooper meldet sich zum Dienst Die Flak Trooper meldet sich zum Dienst Oder du stürmst die Verteidigung erst wieder auf Hier ist halt einfacher Ich könnte mir natürlich auch direkt ihr Flugfeld klauen Mal schauen ob ich Twin Blades bauen kann Gucken ob die hier noch Verteidigung haben Wir haben einen Panzer Ich klau mir mal auch das Flugfeld von denen Ich spreche mit ihm Ja, Twinblades kann ich bauen. Wenn du das Flakgeschütz davor weg machst, dann kann ich da Twinblades produzieren. Twinblades sind jetzt dann richtig nützlich, weil wir müssen gleich noch ein paar Kalypse-Panzer wegmachen. Was man hier immer alles machen kann, wenn man Ingenieure einsetzt. Sie greifen die Stadt meiner geliebten Ahnen an und bedrohen unser herrliches Monument. Die Entweihung unseres Landes hat lange genug gedauert. Twinblades-Inspektion abgeschlossen. Defender-Kern. Einsatz, Ziel erreicht. Defender-Kern. Zielpunkt erfasst. Defender-Kern. Neues Einsatz, Ziel erreicht. Die Transporter treffen in Kürze ein. Verteidigen Sie sie, während Sie dem Flussverlauf folgen. Systeme online, fein gesichtet. Lass uns schütteln. Träubes in den Tod. Grundläfig wegzweck dich. Verständlich hart. Wir waren wohlgebrannt. Was dafür... Was dafür... Die linke Raffe in der Richtung abgibt mir. Ich glaube eh nicht, dass wir noch dazu kommen, die Große aufzubauen. Wir waren wohlgebrannt. Offensive zur Rückeroberung Stalingrad-Zuhr. Runde. Verteidigen Sie die Transporter um jeden Fall. Stationierungsauten beschlebt. Schwer von Linge. Systeme online. Ah, da kommen wir ja. Ja, da sind alle Beschlanser. Twinblades. Da. Schweren wir ein Exempel. Repariert. Twinblades. Inspektion abgeschlossen. Das schreckt das denn wieder. Ja, das schreckt das denn wieder. Richtig. Dein da. Ja, geht's bald wieder. Statuieren wir ein Exempel. Twinblades Inspektion abgeschlossen. Ha, da sind sie. So viele Einheiten sind doch gar nicht auf dem Bildschirm. Jetzt war grad schon, naja. Ja, da hatten wir von weit auf mehr. Ja. Ich halte noch die Sprüche. Halte noch die ganzen Lieben. Transporter auf. Feuer, lass uns an das Telefon oder Tür bei dir jetzt. Okay. Soll ich kurz die Aufnahme unterbrechen oder dauert's nicht lang? Ne Antwort wäre nett gewesen. Naja, ich mach mal ganz kurz Aufnahme aus. Wir sehen uns gleich wieder. So. Sind wieder da. Können weitermachen. Okay. Feuer, Inspektion abgeschlossen. Fliegen wir los. Sind an Alarmbereitschaft. Twinblade Inspektion abgeschlossen. Wo wird die Kampffreigabe erteilt? Schaltet sie aus. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Twinblade Inspektion abgeschlossen. Ha, da sind sie. Alle Waffen bereit machen. Noch mehr sowjetische Truppen im Süden. Twinblade sagt mir echt viel aus. Ich fände mir da gerade so auf. Ein Sammler wird angegriffen. Ein Sammler wird angegriffen. Einheit verloren. Ag Investor auf. Du meinst. Beim Sammler wird ihn sehen. Die Mörder sind klar. Eine Einheit wird angegriffen. Wir haben noch keinen Transporter verloren. Das ist gut. So ein schönes Twinblade-Geschwader. 18 Stück habe ich jetzt schon. Oh, wir haben es schon geschafft. Sie haben dem Reich heute große Ehre gemacht, danke. Wir sind auf dem guten Wege, die göttliche Vision des Tenos wahr werden zu lassen. Ich kann mit den Einheiten vom Reich daraufgehenden Sonne wirklich nicht gut spielen, aber mit den sowjetischen geht's. Ich kann mit den Einheiten vom Reich daraufhören. Danke.